So, der Marc von dieser Studie ist da und die Rebekka sitzt bei mir. Und wir machen heute ein drittes Ohrloch und ein Low Conch Piercing. Ja, vielleicht ist es im Kanal untergegangen, also dieses Piercing gibt es auch. Das könnte man noch als fünftes Ohrloch bezeichnen oder als sechstes, je nachdem wer das ist. Aber wer das ist, ab dem dritten Ohrloch reden wir dann von einem Low Conch. Und da gibt es eine Stelle, wo das sehr schön aussieht und cool aussieht. Und das zeige ich dir mal an im Wachstum halt. Gleichzeitig hast du ein recht starkes Wildfleisch am Inner Conch. Wann waren die gestoffen sagst du? Das war nach Weihnachten, am 28. September war ich hier letzten Jahres. Aber wir werden mit Double Conch gleich gemacht, ne? Genau, das Double Conch gleich. Und das ist ein bisschen Wildfleisch da, das zeige ich jetzt gleich mal am Anfang. Und das müssen wir uns noch mal anschauen und dann auch mal wieder raus tun. So, da will ich mir kurz hinten anlehnen. Also man sieht da hinten auf der Rückseite mal, man sieht One X gerade, super. Ich kann mal so halt, dass man X liegt. Ich zeige es mal kurz, da sieht man wirklich hinten dieses doch recht ausgeprägte, der Wildfleisch, es ist nicht jetzt dramatisch, aber man sieht es schon. Und vorne hast du zum Glück im Öhrchen drin, haben wir jetzt nicht so stark. Da passt es eigentlich noch ganz gut. Aber wir werden hinten drauf jetzt mal als allererstes an die Wildfleischdisse machen. Entschuldige, wenn die Kameraführung gerade ein bisschen würst, liebe Zuschauer. Es ist nur für mich schwer, mich auf fünf Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Und euch das auch noch alles gut einzufangen. Es ist mir oft gar nicht so leicht, da überall hinzukommen. So, also wir machen einmal an die Wildfleischdisse drauf. Die Stablängen, bleiben oder werden kürzer? Ne, die lassen wir genau wie sie sind. Wir werden aber aus Sicherheitsgründen ganz mal einen Schmuck reinmachen. Wir wissen nicht, ob es jetzt auch bakteriell eine Ursache hat. Oder ob es jetzt rein nur eine Wundheitsstörung als solche ist. Es ist ein bisschen verklebt, auch deswegen mal neu das komplette Programm. Soll ich vorne drauf auch jetzt Glitzersteine machen oder machen wir es dann ohne? Nein, nein, doch nicht Glitzer. Du glitzerst gern? Ja, schon. Aber jetzt haben wir kein Video gemacht, oder? Nein, genau, da war es ein bisschen eng von der Zeit her. Deswegen, aber für mich sind wir eine Ehre, weil eben du sagst, das ist jetzt nicht bei jedem. Manche wollen auch nicht, manchmal ist es von der Zeit her. Ich freue mich, dass jemand eine Ehre ist, habe ich noch nie gehört. Doch, ich finde schon, das ist etwas Besonderes, finde ich. Danke, danke. Auf jeden Fall. Aber das ist wirklich so, ich mache nicht immer ein Video. A, es sieht sich zeitlich nicht immer aus. B, muss der Typ Mensch auch dazu passen. Und das muss halt einfach immer sein, das Zusammenspiel muss dann da sein. Genau, ja. Im Fall mache ich das gern. Wenn es dir eine Ehre ist, dann noch viel lieber. Ja, auf jeden Fall. Eben eine Show, jeden Tag. Wirklich? Ja, also ich glaube, abonniert habe ich, da war es eher bei 20, um die 20.000. Ich habe es damals einfach nur gefunden, weil meine beste Freundin und ich angefangen haben zu reden wegen Nasenpiercing. Und ich bin jemand, ich lasse nichts machen, bevor ich mich nicht informiere, egal was es ist. Und zu der Zeit war ich krank und bin zu Hause. Jetzt sieht man das wieder stärker, ja. Ich sage es nur kurz fürs Video, ja. Und dann habe ich bei YouTube deine Videos gefunden, abonniert und dann halt gesuchtet, wie man es so schön sagt. Und seitdem, ja, einfach, wenn man krank ist und im Bett liegt und dann irgendwann kann man Fernsehen nicht mehr sehen. Das war dann irgendwie was Neues. Ja, klar. Fernsehscheißen, jeden Tag den gleichen Franschen. Genau, ja. Weil wenn man dann einmal daheim ist, merkt man, was für ein Müll im Fernsehen läuft. Weil die Chance sind. Weißt du schon krass, gell? Das sieht man aus, also wenn man immer krank ist, dann bin ich gar nicht mehr Fernsehen. Nein, ich auch nicht. Ich würde mit Netflix oder so reinziehen, ja. Da wirst du mit hoffen, was da alles in der Scheiße läuft. Oh ja, das ist echt schlimm. Es ist egal, welche Sender nämlich auch. Ja, also egal was du da schaust auf Dauer, weil jeder wiederholst gleich vom Anderen. Genau, ja. So. Ja, also das untere ist nicht so starkes Lüpfleisch, am oberen schon. Okay. Aber das werden wir jetzt wegkriegen. Mir wäre wichtig, wenn du, na gut, du kommst, woher kommst du her? Aus Graz. Na, so weit ist es ja nicht weg. Na, so weit nicht. Vielleicht könnte es mir doch nochmal kommen, wenn es dann, wenn es Wildfleisch weg ist, dass wir es dann doch nochmal anschauen und es dann wirklich doch wechseln. Wie lange dauert das ungefähr? Du sagst, ich weiß, man kann es nicht genau sagen, aber kann man ungefähr trotzdem? Ne, also sechs Wochen im Schnitt. Okay, gut. Das ist krass, ich will gar nicht durchgehen, das Ding. Wollen wir das untere zuerst? Okay, die gehen gar nicht durch, das ist schwer. Versuchen wir mal von der Vorderseite. Das tut weh, ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen. Ich glaube, es ist auch leicht entzündend, aber das ist das erste der Versagen. Davor war es immer noch so runterfällig und so easy going und jetzt die letzten Tage. Wenn man schnell den Stab zumindest aufdehnen, weil das geht von selber nicht rein. Da wollen wir lang rummachen. In der Mitte drin hat es sich verlegt, also in der Mitte geht es nicht so durch wie es soll. Zum Schlafen wahrscheinlich? Oder kann man das nicht sagen? Das Löt ist, von einer Seite komme ich super durch und von der anderen Seite nicht. Interessant. Ja, das ist wirklich interessant, weil das Problem ist, wenn die Stichkanäle sich dann teilweise so die Hautknorpel übereinander legen, dann rutscht der beim, jetzt habe ich ihn. Dann rutschen die Hautschichten übereinander und dann sind die Löcher nicht mehr gleich. Dann verschiebt sich das teilweise nicht. Und dann kommst du echt voll schwer durch, so wie jetzt. Und das ist dann oft der Fall, wenn einer jetzt nicht, sage ich mal, sich dann auskennt. Als Piercer kann man oft die Aussagen, okay, wir müssen es mal stechen oder es geht in der Jungs aus. Wobei natürlich, das ist falsch, das Loch ist ja da, es war einfach zwei Sekunden noch drin. Das kann sich nicht in zwei Sekunden zuwachsen, aber das ist dann echt so, wo man sagt, okay, das ist mit dem Challenge. Und wenn ich mal an den Start brauche, von beiden Seiten, um noch zwei Minuten, dass es reinkommt, dann heißt das schon was. Aber es ist für dich nichts Negatives. Also wenn du denkst, okay, oh je, jetzt ist der Anfang vom Ende. Der geht besser, schau. Ich bin nämlich in den letzten Wochen Bauchschläfer geworden wieder. Ich habe immer so phasenweise, ich lege monatelang auf dem Rücken, schlaf auf dem Rücken ein, dann wieder Seite und in der letzten Zeit schlafe ich oft am Bauch. Ich weiß nicht, ob ich es da, dadurch, dass ich auf dem Ohr dann schon drauf schläge, ob es vielleicht dadurch ist. Macht natürlich schon was aus. Also das muss man sagen, ganz klar, die Bauchschläfer drehen ja meist den Kopf auch so ganz komisch rüber. Und ich habe nämlich auch ein extra Nackenkissen, das ist relativ hart. Das heißt, wenn ich wahrscheinlich einmal blöd liege, dann… Deswegen, hast du jetzt eigentlich schon diese Kissen, die du im Video gezeigt hast? Ja, wir haben jetzt das zweite Kissen ja auch der Nana gegeben. Das von der Dings muss ich jetzt mal zurückholen, die bringt man das den nächsten Tag vorbei. Es sind noch Prototypen, also was ist Prototypen? Ja, wir haben jetzt eine Endfassung, das was Nana mitbekommen hat. Das ist jetzt schon das Endtyp. Natürlich werden wir jetzt endlich mal coole Bezüge dazu machen auch. Und dann wird es quasi das geben. So, dann haben wir das geschafft. Mal sehen, jetzt haben wir jetzt die Anti-Wildfleischdisk drauf. Und jetzt soll sich das wirklich beruhigen und auch wieder besser werden das Ganze. So, okay, dann haben wir das Wichtigste gemacht, nämlich dich verarztet. Jetzt kümmern wir uns mal um die neuen Piercings. Und dann machen wir jetzt einmal dieses Low Conch und einmal das in der Neue. Ja, Piercings sind eine neue Erfahrung. Ich bin eben tatuiert und das ist irgendwie so schon seit Jahren, weil ich jetzt selbst eine erste Tattoo haben durfte und Piercings ist eine neue Welt. Naja, auch gut. Du musst immer etwas Neues haben. Definitiv mit dir. Also, dann machen wir jetzt das etwas, wie ich sage, Glow Conch dazu. Seten wir an. Und drüben machen wir ein normales Teleson. So. Dann machen wir den Schmuck rein, mit Glitzersteinen. Das war's. Von der Pflege, du weißt, du brauchst unter den Sprintgel. Die nächsten drei Wochen bitte zweimal am Tag, dann drei Wochen einmal am Tag, bis sechs Wochen am Schluss. Und immer erst einsprühen, einwirken lassen, dann mit der Küchenrolle reinigen, dann ist Gel. Du kennst das aus den ganzen Videos ja wahrscheinlich schon. Ja. Auswendig. Boah, da bist du ja recht eng vom Abstand. Sie schießen lassen, oder? Genau, das sind geschossen. Wir haben das damals gemacht, letztens mit meiner Mama erzählt. Ich meine, früher habe ich gesagt, also ich glaube, mein erstes Urlaub war wahrscheinlich jetzt zwölf oder so. Und ich habe dann, ja relativ. Und ich habe dann aber, alle die danach kamen, relativ schnell. Und damals hat das, naja, wir waren am Land auch. Ganz kurz, ich würde das zweite und dritte hier, jetzt machen die es normal machen, nicht so eng wie drüben, weil drüben ist es schon alles sehr eng. Ich weiß nicht, was ist. Dieses Design jetzt einfach als neuer Start sehen und es dann hier ein bisschen vernünftiger aufteilen, weil sonst wird das zu, sonst wird das zu eng beieinander sein am Schluss. Ja, ja, ja. Das war damals auch der Herr, der das geschossen hat, eben, ich glaube, wie alt? 100. Gefühlt genau, ja. Und mit einem Auge und mit einer so dicken Brille. Aber wie gesagt, da wird es am guten Land. So wie jetzt bei uns, ganz unscharf, schau. Ah ja, ich weiß, ich gehe jetzt auch in der Mitte zwischendurch hin. Ja, genau, so. Und dann genau so war das, ja. So sieht es jetzt auch aus. Oh ja, das gute Schießen. So. Aber richtig lernen wir ja alles neu dazu. Nein. So, schau es den Spiegel mal an. Also, da drüben wir jetzt mal das No Conch und dann bis auf der Seite gerade noch. Ja, ich bin gerade da. Also, da habe ich jetzt einen Abstand gemacht, 7 Millimeter. Das ist eigentlich sehr schön. Ja. Weil dann ist es ein bisschen aufgelockert, nicht so eng. Ja. Ist es gescheiter. Und da drüben, da du gesagt hast, du möchtest den gleichen Stecker noch mal tragen. Genau. Habe ich das jetzt einen Tick enger gemacht. Da sind wir auch wirklich auf diesen 5,5, was echt wenig ist. Echt. Mache ich jetzt nur als, sage ich mal, weil andere Chance haben wir gar nicht. Ja. Vor allem, wenn es dann weiter oben wäre, dann wäre es dann wieder komisch weiter abständlich. Also, entweder so machen oder ganz lassen. Ganz ehrlich immer. Ja, passt. Anders geht es nicht. Ja, das passt. Okay. Ich habe den noch einmal, also noch einmal und dann wird es glaube ich passen. Ja. Gut. Dann machen wir den mal und dann machen wir den drüben auseinander. Mhm. Passt. Gut. Die Wildfleischtist, die drückt jetzt permanent sanft gegen dieses Wildfleisch und drückt uns das dann, sagen wir mal, auf einen natürlichen Weg zurück. Normalerweise, wie gesagt, ist nach 6 Wochen ein sehr gutes Ergebnis. Du drückst ganz weg. Okay. Ich kann dir nicht versprechen, aber normalerweise funktioniert es gut. Du machst es einfach. Wenn du merkst, es geht weg, dann ist weg, dann kommst du dann letztendlich vorbei. Okay. Nachdem das so verlegt wird, beim reinmachen, sag ich dir ehrlich, würdest du, wenn du mit dem Ring in deinem Silber machst, den Graz, dann gehst du durch den Scheiß. Sehr schön. Da kannst du komplett, da wirst du dich anspalten. Okay. Also bitte, ehrlich mal, ganz sicher. Und dann macht man in der Wut und in der Not, mit Druck und sagt, so ist scheißegal und dann ist alles schlecht. Bitte, bitte komm da kurz vom Graz runter. Okay. Wie, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden im Auto oder im Zug, bin ich dann doch wehrt und dann hast du wirklich keine Ärger. Okay. Das wird besser. Das wird echt mehr weh. Mehr weh. Es ist ja auch ein Conch-Bessing. Ne, aber auch mehr als die Inner-Conch irgendwie. Das ist irgendwie anders. Die Stelle ist... Von dem Einstich irgendwie mehr. Das Druckgefühl, das finde ich gleich. Aber vom Einstich her ist es anders. Weißt du, warum? Du hast außen, das ist eine Mischung. Genau. Du siehst eine normale Bindegelebnstruktur wie beim Läppchen. Aber ab der Mitte wird es schnaupelig. Und das ist einfach ein Gefühl, ein ganz eigenes Feeling. Auch bei der Heilung wird es sehen. Das dauert einen Tick länger als ein normales Piercing. Okay. Ja. Haare färben weißt du eh sechs Wochen nicht. Ja. Dampfbar zu lange haben wir so alle drei Wochen nicht. Mhm. Und Duschenhaare weißt du im Sportabbauch. Haare färben jetzt wirklich nur, wenn ich es zuhause allein mache? Ne, mit dem Friseur auch nicht. Absolut. Jedes Ob-Wir-Sing ist für mich K.O.-Kriterium Haare färben. Okay. Darf man auf keinen Fall machen. Weiß, dann wird nächste Woche nur geschnitten. So. Gut, das war's. Dann darfst du in den Spiegel schauen. Mhm. Also unbedingt. Lass dir da von Friseur nichts auffaschen. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Ich hab dir das in diese Grube reingemacht. Ja, ich finde es schön. Das ist cool. Das sieht schön aus. Und du musst nur gucken später auf den Schmuck. Muss der halt einen Tick größer und der dann auch einen Tick, dass es wieder passt. Weil jetzt optisch wirkt jetzt der größer als der. Ja, ja, ja. Und dadurch wirkt der Abstand aus. Ja, ja, ja. Das ist schön. Ich finde es cool, weil es genau in dieser Kuh da drin ist. Mhm. Gut. Jetzt drehen wir uns da drüben hin. Okay. Ich hoffe noch ein bisschen. Was danke. So. Das war's. Wahrscheinlich einen Tick weniger schnell als du. Oder? Ja. Definitiv. Also ähnlich, aber weniger ein bisschen. So. Das wildverschneidest du auch immer mit Profit in Sprint G, bitte. Ganz klar. Das heißt, mit dem Rein- und Rausschieben geht das dann trotzdem noch? Brauchst du jetzt kaum noch. Das heißt, da geht es ums Desinfizieren oder ein bisschen Gel drauf. Das zieht eh ein. Diesen Bewegungsspielraum machst du jetzt nicht mehr. Eben. Wegen den Discs. Aber das ist bei den Discs auch wichtig. Die müssen eng anliegen. Die dürfen nicht abstehen. Mhm. Cool. Und da, das liegt übrigens, das musst du mir dann immer zurück. Ja, ich weiß, das dreht je nachdem. So, jetzt ist es schon perfekt. Cool. Mhm. Schön, oder? Schön. So. Haben wir alles mal gemacht. Ich zeige euch das mal kurz in der Nahaufnahme. Also einmal Behandlung Wildfleisch hinterm Ohr mit den Discs. Dann das Low Conch. Und da drüben ein drittes Ohr noch, dass es schön dazu passt. Super, Herr Becker. Dankeschön. Bist du zufrieden? Ja. Gut. Dann werden wir dich irgendwie nochmal sehen für den Follow-up vielleicht. Auch für den Wildfleisch, dass wir sagen, wie sich das entwickelt hat. Genau. Du kriegst von mir mit, brauche ich dann den Spray und Gel. Okay. Und dann sind wir eigentlich fertig. Dann haben wir ein Video gemacht. Ich frage mich, wenn dich das jetzt auch gefreut hat. Auf jeden Fall. Spray und Gel. Du weißt, wie es gibt, du hast es schon. Also sprühen, einwirken lassen, Küchenhalle nehmen, Küchenhalle reinigen und es geht drauf tun. Das trage ich ein bisschen kürzer, weil die Becker das schon weiß und auch schon Piercings hat. Die Pflegezelle brauchst du den nochmal oder hast du den getracht? Nein, aber nicht. Gut. Dann sage ich dir, danke fürs Kommen. Danke fürs Video machen. Euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Und keine Angst vor Wildfleisch, man kriegt es in den Griff. Man muss nur früh genug kommen und behandeln lassen, dann ist alles kein Problem. Gut. Ciao. Und dann? exactly. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020